Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der synchronisierten ist auf jeden Fall gleich. Nice, die schießt sich richtig schön. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Sorge wegen der Sonne hier, ne? Das ist jetzt alles so. Aber das stinkt nice. Nice, also... Das ist ja natürlich klar, guck mal. Das, was hier bei uns der Verschlussfangen ist, hat nur eine Eier, ist hier ein Magazin rauschmeißen. Der unten, okay, da hätte ich ihn auch nicht erwartet, ich hätte den fürs Magazin genommen. Ja, ich dachte, boah... Okay. Ah! What the fuck? I keep fucking it up. Warum ist es jetzt rausgefallen? Ist jetzt einfach rausgefallen. Okay, nochmal zurück. Warte, 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 nimm das andere Magazin und nimm das zum Nachladen. Oh. Oh. Hast du da nur noch drei drin, dann schaffst du aber den Weg. Ich wusste nur nicht, dass das so geht. Habe keine zugeführt. Okay. Ach, okay. Habe keine zugeführt? Habe keine zugeführt. Ja. Hat keine zugeführt gerade. Habe keine zugeführt gerade. Fahst du nicht weit genug drin? Kann sein. Okay, nochmal. Oh, das wird keine zu. Das wird die zu. Das wird sie gar nicht zu. Muss ich auf Feier dafür, dass er zuführt? Muss ich vielleicht auf Feier, dass er zuführt? Oder was ist das? Nee, der führt nämlich nicht zu. Weiter hinten geht nicht. Du kommst gar nicht weiter nach hinten. Genau. Das ist doch auf A. Zweier? Ja, dann komme ich nach hinten durch. Jetzt. Jetzt nochmal entladen. Ja. 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 Ja, wo warst du? Okay. Ist doch gleich auf Feier? Nichts. Okay, nochmal. Nein. Wo ist das? Wo ist das? Ja. 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 Du kannst doch schon mit der GoPro filmigen oder erst bei dir gleich? Du kannst doch schon machen. Ja. Ich lasse dich hier auflaufen. Okay, you're on the video. Hallo. Alright. Everybody got eyes and ears? Yep. Loading. Alright. Let's see what this baby got. Jesus. Nice. Oh there's something rolling down the hill. Where did that hit? Low right. Okay. I see that. Alright. Yeah, it's like a flashbang. Alright. Now let's try the water bottle. Next time we put a campaign. Which one are you going for on the right? The water bottle. I put three out there. Oh you did? Under the black dot target? Under the black dot target, yeah. Alright. Ready? Let's see. Okay. Here comes. Just a little high. Just a little high. It's like a basketball sized hole. Sven. Just a little high. Just a little high. It's like a basketball sized hole. Okay. So, yeah, do you want to put this one through? No. Feel free to adjust the scope if you want to play with it. Yeah. Oh. Dial it in. I need more ammo. Well, where's the group at? Uh, low right. Here, put it on. So, it's got to go up. So, it's got to go up. Good then. Now, it's got a second flush. Great. It's going to go with the... So, the winged. I can't get you more ammo. I need two flushes behind the other. Ah. Serbu. Never thought I would shoot one. Right? When he told me it was a Serbu, I was like, maybe you just leave that one at home. Yeah, the one at home. I told him. I was like, no, no, no. This is not that one. Yeah. Not slap rounds. Go. All right. Cool. Let's see where this one's at. Yeah. I'll try and get it spot on for you. Here. Okay. If I put it here, it'll fall down. This thing's fucking fun. That's a huge difference. Yeah. That's a little bit more up. So, let's go. First of all, the nose. Let's try again. Let's try again. Yep. Let's try the whole time. Right here. It's so loud. All right. It's going to come up just a little bit. or the concussion. It's a Bronco. All right. Here it comes. Same target. Water bottle under the black dots. Yeah. It's dead. Oh, man. You can see. Oh, did it not go through? It's straight through. Oh. Oh, yeah. There it is. But all the copper jacket, flip it over. Look. It's like a piece. Yeah. That's like a piece. A piece of it is stuck. That must be the tracer. That's cool. That's the end of the bullet where it's the tracer. Nice. Straight through. Yeah. That's literally the back tracer bit. Yeah. And that's all the copper jacket around it. Yeah. Yeah. Look at your fucking holes here. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. From your truck. Right to there. So that was the first one. Definitely no 308. Yeah, 308. This thing is like cheating. That is really good. Haha. Get some more footage from that one. Oh, wait, I'm coming around here. See the drawers and stuff. Okay. Is it? My hands are cold. Oh. It's only cold because you're not shooting. Yeah. That was better. It's really heavy. Yeah. If you want, I can take the sling. You want to try it? Oh, it's real heavy. I love it. Get it? The magazine stuff. I always push it too hard. If you push while you shoot, it will make the bullet go faster. Faster. The boost. Have you shot this thing, Mark? I don't think I actually have. That's pretty awesome. It feels like a 1911. Yeah. And it takes gochmage, right? Yep. It's cool that it's so hard. Yep. It's more free. Shoot it as fast as you can. It's easy to do because of the control and the weight and the trigger. Wow. See how little recoil it has? Nothing. Like nothing. Yeah. I'll catch it with the camera. It's like... Yeah. That is a lot nicer than this one. Makes a difference, right? It makes a big difference. It's all the extra weight. Those are... Yeah. It's not green tip, that's fine. Yeah. That's the end. I think I have something up. I'm somewhere on it. I'm somewhere on it. I think I can make a... A video, right? A video, right? 180. Yeah. 360 no scope? Who do set that? I got it. Line it up, look away and shoot. That's pretty dope. That looks good, D. I'm not ready for it. I was just getting in. I got it. Ja, es tut. Ja, es tut. Wenn du es nicht. Ja, es hat nur Recoil. Das ist cool. Ja, nichts. Nichts. Ich habe es nicht drauf. Schade. Ja, wir haben es versucht. Es funktioniert. Du hast es falsch gemacht. Ich habe es nicht drauf. Schade. Ich habe es nicht drauf. Es ist schön. Nein! Das ist cool. Ich will es für lange range. Ja. Ich werde es nicht drauf machen. Ich habe es nicht drauf gemacht. Ich habe es nicht drauf gemacht. Ich habe es nicht drauf gemacht. Nein! Ich habe es nicht drauf gemacht. Ja. Warte. Ja. Ja. Das ist ein hit. Das ist ein hit. Das war ein Das war's. das war sein. schlecht. Ja, einfach mal probieren. Oh, fuck it, let's try it. See how reliable this guy is. Okay, ready? Okay, hit, go! No! It's not reliable! He lied to me! That's cool. Oh, look at this. It's like more for the AK. That's cool. He knows the winter. Video. Okay. Ready. Ready? Ready. It looks so much better we can have. Okay. 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 It's good, right? Done. Man. You have a really good... Too heavy? Anti-artillerie. What else? Set that thing up. Okay. Willst du noch dein Handy hergeben? Willst du nur mit Handy? Genau. Weil der braucht dann so kurze Videos. So, that is a fun culture lesson. Handys are cell phones. Yeah, yeah. Handys in America. I know. It's a hairy hand job. Not so much. Weird. I learned it feels like that's amazing. Let's turn this out. You get the shit right away. Okay? Good? Good? Das kannst du da oben schlagen, ja. Hast du sein iPhone, oder? Ja. Ja, okay, ich film das hier. Schiehst du durch und durch, oder? Ja, ich glaube, durch geht nicht von der Höhe, ja. Von Bullet Impact. Ich glaube, den Zerreißer ist super. Er hat seine Wahl gemacht. Er hat seine Wahl gemacht. Okay, bereit? Ja. Okay. 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 Ja. 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 Das steht hinab. Okay? Du hast die Schweine. Ich kann nicht. Der Trigger ist so kalt, dass er nicht nach vorne geht. Achso. Schieß mal schnell. Jetzt werden wir da hin. Können wir da hin? Ja, fuck yeah. Und wie viele Speedy-Tickets? Na, shit, Alter. Volle Beide. Oh, jetzt hat's geklappt. Ja. 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 Es klappt Es klappt Es klappt